Leute, ich habe wieder Angst um Nintendo, im Speziellen um meine lebenslange Liebe zu Nintendo und deren Spielen. Wisst ihr, seitdem ich denken kann, waren die Spiele der Japaner ein fester Bestandteil in meinem Leben. Angefangen vom N64, über den Gamecube, der Wii und zuletzt der Wii U und der aktuellen Switch. Und da sind wir schon bei dem Problem angekommen. Letztens wurde ja Mario Tennis für die Switch released und innerlich hoffte ich auf einen ähnlich grandiosen Ableger wie noch Mario Power Tennis zu seiner Zeit auf dem Gamecube. Problem, es fehlen so viele kleine Dinge, um mit Power Tennis überhaupt mithalten zu können. Der Abenteuermodus ist zwar echt nett, aber es fehlen beispielsweise Basics im Mehrspielermodus, wie einstellen zu können, auf welchen Platz man spielen will, oder wie viele Sätze oder auch wie viele Schläger man zur Verfügung hat. Ich meine, was ist so schwer daran, ein paar mehr Menüpunkte hinzuzufügen, um dem Spieler sein Match nach seinen Wünschen anzupassen. Das ging sogar in Mario Power Tennis ohne Probleme kurz vorm Spiel. Oder auch größere Sachen wie die Minispiele und Funmatches, wie mit Items und das Ring entschießen. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon oft genug in G-Views und oder Kritiken gehört. Sowas halt und genau solche Probleme habe ich seit geraumer Zeit mit Nintendo-Spielen. Die werden gefühlt einfach nachlässig und entscheiden manchmal einfach komplett irrational. Das Ganze fing für mich mit Galaxy 2 an und was vielen Stimmen zufolge besser als der erste Teil war, was ich aber nicht so unterschreiben kann. Für mich war das Original einfach irgendwie spaßiger. Aber am meisten störte mich dabei die quasi nicht existierende Hub-Welt und der schnöde Level-Auswahl-Bildschirm anstelle von den verstreuten Leveln überall innerhalb der Hub-Welt. Es war gewissermaßen ein Rückschritt im Vergleich zu Sunshine oder sogar dem Urvater aller 3D-Plattformer Mario 64. Natürlich sehe ich auch einen Vorteil darin, dass man Levels so einfach auswählen kann, aber es fühlte sich rückblickend einfach ein wenig wie 3D-Welt auf der Wii U anstelle von einem echten, sünftigen 3D-Mario. Und hier kommen wir auch zu dem großen Auslöser meinen aktuellen Problems mit Nintendo. Es mag vielleicht daran liegen, dass ich mit der Zeit älter wurde und mir Spiele deswegen nicht mehr so begeistern konnten. Aber die Wii U, meine Sachen spielen qualitativ aus meiner Sicht deutlich unter den der vorherigen Generationen und es fehlte teilweise einfach an Innovationen. 3D-World, nicht vergleichbar mit Galaxy, es gab einfach kein echtes, richtiges 3D-Mario auf der Wii U, nur halt 3D-Land in größer und natürlich schöner in HD. New Super Mario Bros. U, okay, ein guter Ableger der Reihe, aber auch nur mehr Evolution statt Revolution. Und Paper Mario Color Splash, ein gutes Spiel, es macht ja auch Spaß es zu spielen, aber wieder mal kein Vergleich zu den ersten beiden Teilen für den Nintendo 64 oder Gamecube. Plus, es gibt auch wieder keine Hub-Welt und es ist wieder nur eine Evolution von Stickerstar. Meine Güte, hat Nintendo einfach die Sache mit der Hub-Welt vernichtet, quasi. Aber natürlich hat er auch die Wii U, und das muss man ihr auch lassen, besonders zur zweiten Hälfte ihres Lebenszyklus, einige echte Perlen wie Splatoon und Super Mario Maker und auch nicht zu vergessen, Mario Kart 8, was bis heute eines meiner liebsten Mario Kart Teile ist, wobei ein richtiger neuer Nachfolger auch von mir mal wieder ganz gern gesehen wäre. Jedenfalls hat sich Nintendo ab 2015 in Sachen Spielen gefühlt wieder gefangen, bis auf, naja, Ultra Smash, aber reden wir nicht weiter darüber. Aber aus diesen Gründen hat mich die Wii U eine gewisse Zeit lang von der Konsole einfach abgeschreckt und mich zum PC hingeloggt, aber dann kam 2017 die Switch und Nintendo war wieder zurück im Geschäft und auch wieder in meinem Herzen. Ich spielte was weiß ich wie viele Stunden Zelda, Mario Kart, Mario und Rebels und Xenoblade 2 und auch sogar alle Spiele durch. Zwar nicht zu 100%, aber anders als in der Wii U und 3DS-Ära packen mich die Spiele wieder richtig und ich spielte die Hauptstory durch. Ich hab ja bis heute noch nicht Color Splash und die neuen Mario & Luigi Teile durchgespielt. Naja, egal. 2017 war einfach ein Traum für alle Nintendo-Spieler und dann... Tja, dann kam 2018 und die Spieleparty war gefühlt vorbei. Xenoblade beschäftigte mich zwar den Winter über, aber auch nur für ein paar Monate und dann... Pfff... Flaute. Es kamen ein paar Ports wie Rocket League, aber bis zum Donkey Kong Port kaufte ich kein großes Spiel mehr wirklich. Und dann kam irgendwann halt mein Mario Tennis. Mario Party kommt in Oktober, Pokémon im November und Smash im Dezember. Meinersgeschäft gesichert würde ich mal sagen, aber wo bleiben wieder mal die richtig großen Spiele? Yoshi kommt angeblich 2019 und bis jetzt haben mich die Trailer noch nicht ganz so gepackt und zu Metroid weiß man Null. Und da kann ich zu guter Letzt auch nur hoffen, dass Smash Bros. Ultimate mich persönlich wieder mal so richtig begeistert wie Zelda und Xenoblade und dann dann noch Mario und Rabbids und so weiter. Waren alle super Spiele. Aber Smash Bros. für die Wii U hat mich ein bisschen so enttäuscht. Besonders, wenn man halt einfach mal den Content von Brawl gesehen hat. Der war mindblowing. Und natürlich auch Mario Odyssey. Das hat mich auch so ein bisschen enttäuscht. Aber bevor irgendjemand in den Kommentaren jetzt rumhatet, schaut euch dieses Video an. Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema irrationale Entscheidungen. Und damit zur Switch selbst. Ein wirklich wunderbares Teil, das mir den Kindheitstraum erfüllt hat, echte, große, vollwertige Spiele unterwegs zu zocken zu können. Wie ich klein war, sah ich einfach die Spiele von Gamecube und Wii als ganze Spiele an und die für den DS immer bloß als halbe Spiele. Und auch von der Switch an sich dieses nahtlose Wechseln zwischen TV und Handheld-Modus. Einfach super. Kann man nix sagen. Also das, Nintendo wirklich top gemeistert. Aber Nintendo verbaut 32 GB internen Speicher. Warum? Selbst mein iPad Air 2 hat doppelt so viel Speicher und es wurde 2014 veröffentlicht. Drei Jahre vor der Switch. Und dabei benötigt ein Tablet noch niemals so viel Speicher wie jetzt eine Spielekonsole, wie die Switch oder sagen wir jetzt einfach mal eine PS4, die schon mit 500 GB ausgeliefert wird. Okay, die müssen zwar auch Spiele installieren und auf der Switch gibt es Cartridges, aber viele gehen digital only. Also 32 GB Speicher ist ein Witz. Und wenn man da auch noch bedenkt, dass Breath of the Wild alleine als Release-Spiel das erste wirklich große Spiel auf der Switch schon mit 13,4 GB fast die Hälfte an Speicher an Day 1. Man braucht wirklich kein Genie zu sein, um zu begreifen, dass sogar schon noch nie mehr in einem Monat 32 GB viel zu wenig ist. Wären es so 128 GB gewesen, hätten sich deutlich weniger beschwert. Aber, buh, 32 GB viel zu wenig. Und man hat auch mal mitbekommen, dass Nintendo und Apple sich die Flash-Speicher darum gerissen haben. Dann gab es sogar mal Lieferengpässe und hätte man größere wie 128 GB benutzt. Apple bietet keine 128 GB Modelle mehr an. Dem hier hätte es vielleicht auch weniger Stress dazu gegeben. Und von den Flüchtigkeitsfehlern wie schwaches WLAN und schlechten Joy-Con-Empfang mal ganz zu schweigen. Sogar ich habe Probleme mit den Joy-Con, nur wenn ich auf der Couch sitze und mein Bein irgendwie zwischen Switch und Joy-Con ist. Da gibt es sogar schon Probleme mit Empfang. Und das ist nicht mal 5 Meter weg. Also, what the fuck. Aber jedenfalls, was denkt ihr eigentlich zu dem Thema Nintendo 2018? Seid ihr mit der Switch und den aktuellen Spielen zufrieden? Oder überlegt ihr euch sogar eine zweite Konsole anzuschaffen? Also, ich weiß persönlich noch nicht. Die Switch muss jetzt deutlich mal nachlegen. Und schreibt es mal in die Kommentare. Mich würde das brennend interessieren. Und wir können nur hoffen, dass Nintendo zum Ende des Jahres und 2019 wieder mal gehörig ranklotzt. Ach ja, und schaut mal bei meinem Twitter-Account vorbei. Dort poste ich öfters mal einige Sachen. Und mache Umfragen zu zukünftigen Videos. Da könnt ihr sogar ein bisschen mitwirken. Hier auf meinem Popel-Kanal. Und dann hoffe ich, dass euch mein Video über Nintendo gefallen hat. Und dann sage ich Ciao! Und bis zum nächsten Mal.